Der 32-teilige Klassik-Bit-Satz ist perfekt für Hand- und Maschinenbetätigung und den Inhalt des Satzes schauen wir uns jetzt mal an. Geliefert wird der Satz in einer praktischen Klappbox und im Inhalt sind dann ein Schnellwechsel-Bit-Halter mit Magnet, dann ein Viertel-Zoll-Adapter von Viertel-Zoll-Sechskant auf Viertel-Zoll-Vierkant, somit kann ich auch Stecknüsse damit antreiben. Bits sind in folgenden Größen im Satz enthalten und zwar Sicherungstorcs von T10 bis T40, Imbus 4, 5 und 6, dann die PH-Größen bzw. im oberen Bereich PZ und die Schlitz-Bits. Alle Teile werden sicher im Gehäuse gehalten, somit kann auch kein Teil unbeabsichtigt herausfallen. Zudem verfügt das Gehäuse über einen Gürtelclip, somit habe ich alle Werkzeuge stets griffbereit.